Wie Sir Lancelot Sir Tristan an den Hof brachte und von der großen Freude, die der König und andere über Sir Tristans Ankunft hatten. Ihr könnt wieder heimkehren, sagte Sir Lancelot zu ihnen. Euer Auftrag ist erfüllt, denn ich habe Sir Tristan gefunden. Schaut her, hier ist er. Da war Sir Gawain froh und sagte zu Tristan, Ihr seid willkommen, denn ihr habt mich von einer großen Bürde befreit. Doch sagt mir, wie kommt ihr an diesen Hof? Edler Herr, erwiderte Tristan, Ich bin wegen Sir Palamides in dieses Land gekommen, Denn er und ich hatten diesen Tag für einen Zweikampf an dem Grabmal bestimmt. Und ich wundere mich, dass ich nichts von ihm höre. So fügte es sich denn, dass ich mit Lancelot zusammenstieß. Darüber kam König Arthus hinzu, und als er erfuhr, dass Tristan da war, Lief er auf ihn zu und nahm ihn bei der Hand und sagte, Sir Tristan, ihr seid so herzlich willkommen, wie nur je ein Ritter an diesem Hof. Als der König hörte, dass Tristan mit Lancelot gekämpft und beide einander sehr schwer verwundet hatten, War er sehr bekümmert. Dann erzählte Tristan dem König, dass er gekommen sei, um mit Sir Palamides zu kämpfen Und wie er ihn vor den neuen Rittern gerettet hatte, Ferner, wie er an einem Quell einen Ritter fand, Der einen mit einem Tuch verhüllten Schild trug Und der Sir Palamides und ihn niederwarf. Danach verließ mich Sir Palamides, Und ich verfolgte jenen Ritter, Und ich fand an vielen Orten Ritter, die er erschlagen oder bezwungen hatte. Bei meinem Leben, sagte Sir Gawain, Derselbe Ritter mit dem verhüllten Schild Warf mich und Sir Blebois nieder Und verletzte uns beide sehr. Ach, sagte Sir Kay, Dieser Ritter warf auch mich nieder Und brachte mir Wunden bei Und gern hätte ich gewusst, wer es war, Konnte es aber nicht erfahren. Barmherziger Jesus, rief Arthus, Wer war der Ritter mit dem verhüllten Schild? Ich weiß es nicht, antwortete Tristan, Und alle anderen sagten dasselbe. Nun, sagte König Arthus, Dann weiß ich es, Es war Sir Lancelot. Da schauten sie alle auf Lancelot und sagten, Ihr habt uns getäuscht mit eurem verhüllten Schild. Es ist nicht das erste Mal, sagte Arthus, Dass er so etwas getan hat. Herr König, Sprach Lancelot, Wahrhaftig, Ich war der Ritter mit dem verhüllten Schild, Und weil niemand wissen sollte, Dass ich zu eurem Hof gehöre, Habe ich Unrühmliches über euch gesagt. Das ist wahr, Bestätigten Sir Gawain, Sir Kay und Sir Bleberis. Darauf nahm König Arthus Sir Tristan bei der Hand Und führte ihn zu der runden Tafel. Da kamen die Königin Genefra Und viele andere Damen Und alle riefen zugleich, Willkommen, Sir Tristan! Willkommen, Riefen die Fräulein, Und willkommen, Die Ritter! Willkommen, Sagte Arthus, Einem der besten Ritter Und dem edelsten und ruhmreichsten Mann der Welt, Denn in allen Arten der Jagd Gebührt dir der Preis Und alle Begriffe der Jagd- und Beizkunst Stammen von dir Auf allen Musikinstrumenten Spielst du am besten Und alle Arten des Blasens Hast du eingeführt Deshalb, edler Ritter, Sei willkommen an diesem Hof Und ich bitte euch, Fuhr Arthus fort, Mir einen Wunsch zu erfüllen Ich stehe euch zu Diensten, Erwiderte Tristan Nun, Sagte Arthus, Ich wünsche, Dass ihr an meinem Hof bleibt Herr König, Antwortete Tristan, Das tut mir leid, Auf mich warten Abenteuer In vielen Ländern Nicht doch, Sagte Arthus, Ihr habt versprochen, Meinen Wunsch zu erfüllen Und dürft ihn nicht ablehnen Herr, Erwiderte Tristan, Ich füge mich eurem Willen Dann ging Arthus Zu den Sitzenden der Tafelrunde Und schaute alle Sitze an, Die leer waren Da sah der König auf dem Sitz Von Sir Mahaus Von Irland, Der im Kampf Wegen des kornischen Tributs An einem Schwertstreich Tristans gestorben war, Buchstaben, Die lauteten, Dies ist der Sitz Des edlen Ritters Sir Tristan Und dann machte Arthus Sir Tristan Zu einem Ritter Der Tafelrunde Und ließ ein großes Fest feiern Mit Jubel Und Pracht .